Hallo liebe Leute und herzlich willkommen nach langer Zeit wieder mal bei Nerdfallmedizin. Endlich zurück. Jawohl. Ey Philipp und ich stehe ganz unter Strom. Wir haben ein spannendes Thema, das tatsächlich nicht ganz so trivial ist, weil wir immer wieder damit in Kontakt kommen in der Loderval, aber auch im Rettungsdienst, nämlich Stromunfälle. Und das kann ja von der Steckdose bis zur Hochspannungsleitung irgendwie alles sein. Deshalb bin ich total froh, dass du dich da auskennst und uns da jetzt ein bisschen durchleiten kannst. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Pragmatisch, wo es für uns relevant ist, schauen wir auf die Volt. Oder dass es meistens heißt, viel Volt ist gleich gefährlich. Ist das in Ordnung oder ist das zu dumm? Genau. Das muss man wissen. Und ich glaube, worauf du hinaus willst, ist Niederspannung und Hochspannung. Und da sind 1000 Volt die Grenze. Weil man wissen muss, das, was wir zum Beispiel in der Steckdose haben, 220 Volt, das sind nicht so viel Volt. Aber natürlich kann ich damit trotzdem meinen Toaster problemlos anwerfen. Aber 1000 Volt, Hoch- und Niederspannung, das ist eine ganze Menge. Weil 1000 Volt haben wir in unserem Haushalt. Wenn ich jetzt hier die ganzen Wände aufklopfe, werde ich wahrscheinlich keine Leitung finden, die mehr als 1000 Volt hat. Das heißt, jemand, der mit der Steckdose in Berührung kam, dass da ein Gewicht bekommen hat, der hat immer einen Niederspannungsunfall erlickt können. Also Niederspannung, Hochspannung, so als grobe Grenze, die 1000 Volt, das ist super, das kann ich mir merken. Einfach strukturiert, passt. Aber gehen wir noch einen Schritt zurück, jetzt bevor der Mensch zu uns in die Notaufnahme kommt, wo es dann rum geht, wie mache ich die Abklärung? Da bin ich echt gespannt, was du mir erzählst. Es gibt ja die wildesten Aktionen, Aufenthalt und so weiter und so fort, Labor, bla, bla, bla. Aber jetzt komme ich da als Notarzt oder als Rettungsdienstler zum Stromunfall. Was mache ich denn vor Ort? Also was muss ich achten? Also zuerst mal aufpassen. Jeder Elektrikerlehrling im ersten Jahr lernt, macht die Sicherung raus, wenn du an der Stromleitung rumfummelt. Und wenn ich da reinkomme und Patient hat einen Stromunfall, dann wird wahrscheinlich irgendwo im Einsatzraum auch Strom vorhanden sein, vielleicht eine unisolierte Leitung. Das heißt, erst mal darauf achten, Sicherheit herstellen. Wenn ich jetzt vielleicht einen Patienten habe, der auf dem Zug rumgeklettert ist und ist auf die Oberleitung oder mit der Oberleitung hat er einen Blitzschlag erlitten, ja, dann nicht hinterherklettern, weil dann legt ihr gleich daneben, sondern achtet da umso mehr drauf, als ihr das schon sowieso tut, dass dann die Sicherheit für euch auch gegeben ist. Und ansonsten sprecht euch ab. Kollegen von der Feuerwehr werden normalerweise euch eine Auskunft geben können. Im Haushalt, wie gesagt, einfach den FI oder die Sicherung raus und der Trops ist gelutscht. Mit raus ist ausschalten. Ausschalten. Weil raus klingt so, ich entferne die Sicherung. Dann ist es aber nicht mehr so sicher. Nee, genau. Macht sie einfach lieber aus. Okay. Also passen wir einfach auf Sicherheit auf. So der klassische Reinfall bei diesen Simulationsbeispielen ist ja immer das Stromkabel, das von der Becke in die Wasserlache da reingeht, wenn wir zufällig vorbeilaufen. Genau, sicher. Auch auf sowas, auf der Baustelle und so weiter, da sind ja oft höhere Spannungen möglich, weil einfach andere Geräte betrieben werden. Da muss man dran denken, jetzt beim Hochspannungswerk oder so, dann üblicherweise erwarten wir diese Gefahren dann schon und können die umgehen. Bei Bahnen, irgendwelche Absicherungen durch die Bahn und so weiter und so fort. Ich glaube, an das muss man einfach aktiv einmal denken und dann läuft es schon für sich. Wie ist es mit der Erstversorgung? Also abseits der Stromschäden, über die wir jetzt gleich noch reden, was erwartet mich da? Ist der dann so wie im Komplex so verbrutzelt? Also das hängt ganz stark davon ab, welcher Strom da vorgelegen hat. Und vielleicht sprechen wir doch schon über die Auslöser von Strom. Also ganz generell, ihr arbeitet immer nach CABCDE die Patienten ab. Dabei bleibt ganz klar. Aber man muss wissen, es gibt natürlich ein paar Besonderheiten bei Strom. Was kann mir passieren, wenn ich jetzt in die Steckdose lange? Naja, einerseits sind das die direkten Stromwirkungen, die auf meinen Körper wirken. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch passieren, dass ich den Kronleuchter in der alten Wohnung reparieren wollte. Ich habe selber keinen Kronleuchter, aber es gibt ja Menschen, die haben ganz tolle hohe Decken und die wollen keinen Kronleuchter vielleicht ersetzen. Und jetzt ist er fünf Meter Deckenhöhe. Der hat obendran gefasst, hat einen Stromschlag bekommen und ist aus fünf Meter Höhe runtergefallen. Ja, dann hat er natürlich einen Stromunfall erlitten, aber er hat halt auch einen Sturz aus größerer Höhe erlitten und ist dementsprechend auch abzuarbeiten. Das heißt, da kann ich nicht sagen, naja, der Mensch hat einen Stromunfall, deswegen mache ich die Diagnostik, die wir gleicher besprechen, sondern ich muss auch daran denken, dass man vielleicht assoziiert mit dem Stromunfall auch eben Umfeldverletzungen haben kann. Ja, klassisch so, dem es vom Bahnwaggon da irgendwie zig Meter runterschleudert und der dann einfach allein dadurch ein schwertes Polytrauma hat. Genau. Okay, aber Polytrauma, alles spannend und gut. Jetzt mal ganz konkret. Patient mit Stromkontakt, du hast vorher gesagt, die wichtigste Frage ist, also Sicherheit, aber jetzt auf Strom beschränkt, Hochspannung oder Niederspannung. Was willst du mir zuerst erzählen? Was ist lustiger? Ja, wir können ja einfach mal darüber sprechen, was passiert, wenn Strom auf meinen Körper okämpft. Das sind nämlich drei Dinge. Entweder ich kriege auf der Stelle Kammerflimmern oder eine maligne Rhythmusstörung und sterbe, quasi unmittelbar nach dem Stromunfall. Oder werde reanimationspflichtig. Oder werde reanimationspflichtig, danke. Die zweite Variante ist, ich habe vielleicht an einen Hochspannungsmasten gelangt oder der Blitz ist in mich reingefahren. Das heißt, ich habe schwerste Verbrennung, thermische Verbrennung und Zerstörung meines Gewebes im Bereich, wo der Strom durch meinen Körper geflossen ist und vielleicht dazu ein Kammerflimmern. Und dann gibt es aber einen ganz, 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 ganz großen Teil, zumindest in Niederspannungsunfällen, wo einfach nichts passiert. Das zwickt einmal ordentlich und dann passiert nichts. Also diese drei Sparten muss man einfach unterteilen. Und wir haben ja ein paar Quellen auch verlinkt, weil, ganz wichtig, 220 Volt, das tötet natürlich Menschen, aber die in den allermeisten Fällen unmittelbar. Das heißt, wenn ihr als Rettungsdienst eintrifft und der Patient, ihr habt vielleicht acht Minuten Verspätung, bis ihr dann da seid, also Stromunfall passiert, ihr kommt nach acht Minuten an den Einsatzort und der Patient lebt noch, dann wird der in den allermeisten Fällen auch die nächsten acht Minuten, auch die nächsten acht Tage und zumindest aufgrund des Stromunfalls auch die nächsten acht Jahre noch leben. Also das muss man wissen. Die Gefährlichkeit von Stromunfällen, die ist initial ganz kurz sehr hoch durch die maligen Rhythmusstörungen und dadurch, dass die Stromzahl, also Wechselstrom mit 60 Hertz halt auch ganz gerne mal maligen Rhythmusstörungen auslöst. Wenn ich die aber nicht initial bekomme, dann ist das Auftreten von verspäteten Rhythmusstörungen gering. Und da gibt es eine ganz tolle Studie, die eigentlich gezeigt hat, dass ein später Tod bei Niederspannung extrem selten ist. Okay, das heißt, dann machen wir doch gleich die unspektakulären Sachen, die zum Glück ja die häufigeren sind. Kontakt mit Haushaltsstrom, Steckdose, Lampe, was auch immer. Kriegt einen gewischt, merkt es. Und entweder alarmiert den Rettungsteams oder kommt in die Notaufnahme. Wir kommen hin oder der Mensch kommt in die Notaufnahme und ist offensichtlich jetzt nicht tot, also nicht reanimationspflichtig. Keine akute maligende Rhythmusstörung oder bedrohliche Rhythmusstörung in dem Moment. Was machen wir jetzt mit dem? Da muss man den stationär aufnehmen. Vier Tage, Cardio-MRT, CT, fünf Laborkontrollen. Oder was passiert jetzt dann? Wenn der Elektriker ist oder das im Rahmen seiner Arbeit passiert ist, dann ist er ein Arbeitsunfall. Ich will aber darauf gar nicht eingehen. Da will ich nur darauf hinweisen. Dann muss man die natürlich anders dokumentieren und anlegen und so weiter wegen Arbeitsunfall. Aber wurscht. Es geht uns jetzt um die reine Medizin. Und dann werde ich den Patienten einmal untersuchen, werde ihn mal befragen, welche Beschwerden er hat. Und dann werde ich zur Diagnostik schreiten. Da mache ich einmal 12-Körner-LKG. Okay. That's it. Und wenn Untersuchung, körperliche Untersuchung und Anamnese unauffällig sind, der Patient keine massiven Risikofaktoren hat, sowas wie ohnehin immer wieder auftreten, Rhythmusstörungen oder so, oder eben sagt, naja, nach dem Stromunfall, da bin ich direkt hinten rücksüber zehn Treppenstufen runtergefallen, dann macht ihr nur das EKG und dann guckt ihr, ist das EKG normal? Worauf achte ich insbesondere? Insbesondere auf rhythmogene Auffälligkeiten, vielleicht ein neu aufgetretener AV-Block, vielleicht eine ausgeprägte Extrasystolie oder auch eine QT-Verlängerung. Also nicht nur Dinge, die durch den Strom ausgelöst wurden, aber die einfach generell zeigen, das Herz ist nicht ganz gesund. Wenn das Herz aber ganz gesund ist, ganz normaler Sinusrhythmus, alles tip top. Da eine Ischämie-Zeichen. Ich glaube, das ist natürlich immer gut, dass der Mensch jetzt keinen Infarkt hat. Man kann ja auch durch die Angst. Also genau. Der hat einfach jetzt ein normales EKG. Ihr habt den befragt. Der sagt, naja, es hat halt kurz Aua gemacht, aber ich war nicht bewusstlos. Ich habe keinen Herzkasper danach gehabt. Ich kriege gut Luft. Ich bin ansonsten kerngesund. Ich bin noch nicht gestürzt. Kann ich wieder zur Arbeit? Dann sagt ihr, EKG ist gut. Ja, können Sie. Dann muss man nämlich nichts mehr machen. Sprich, ich fasse es nochmal in aller Klarheit zusammen, weil es da ja immer diese Überwachungsintervalle und weitere Diagnostik und so gab. Unauffällige Anamnese, unauffällige körperliche Untersuchung, keine Anzeichen für Sekundärverletzungen und ein vollkommen unauffälliges EKG ist gleich, Patient kann nach Hause gehen. Jetzt sagt ihr, ja Moment, dann könnte ich die ja sogar aus meinem Erdwehr heraus entlassen. Richtig. Und genau das könnt ihr machen. Überhaupt gar kein Problem. Bei Niederspannungsunfällen, also unter 1000 Volt, damit es einfach nochmal ganz klar gesagt ist. Und wenn die lokalen Vorgaben dies erlauben? Ja. Aber also rein medizinisch gesehen ist man da relativ safe und kann den Leuten auch einfach die Transporte und die Sorgen und Ängste ersparen. Und mit der kleinen Ausnahme der diärztlichen Vorstellung, wenn es halt im Rahmen von einem Arbeitsunfall ist, gibt es da einfach andere Vorgaben, die man da dokumentatorisch quasi vor allem machen muss. Okay. Niederspannung haben wir jetzt gehabt. Alles entspannt. Du hast halt Risikofaktoren, waren jetzt irgendwie so ein paar Beschwerden. Ich nehme jetzt nochmal an oder ich unterstelle es mal, bei Schwangeren ist man auch irgendwie vorsichtig, ohne dass es da vermutlich Daten gibt. Aber da ist man einfach, wenn die Schwangere auch, dann wird man die wahrscheinlich nochmal anders oder komplexer untersuchen. Wenn die jetzt irgendwie einen Herzschrittmacher oder sowas haben, auch da wäre man wahrscheinlich vorsichtiger und wird vielleicht mal eine Kontrolle machen lassen, zumindestens zeitnah. Aber auch bei den Patienten muss man jetzt üblicherweise keine Sorge haben, weil auch die kriegen jetzt nicht plötzlich eine Herzrhythmusstörung aus dem Nichts heraus, der Strom wirkt oder wirkt nicht. Steht auch so in den Show Notes, könnt ihr ja schon mal nachlesen. Und es gibt eine super tolle Abarbeitungsschema, ein relativ neues von der TREMA über Umgang mit Patienten nach Elektroschockpistolen-Einsatz. Und da kann man sich im Endeffekt auch bei Niederspannungspatienten genauso dran halten aus meiner Sicht. Oh, okay. Elektroschockpistolen, Elektroschockpistolen, ich sage immer Taser quasi, da frage ich dich nachher nochmal. Aber jetzt gehen wir mal ganz kurz zur Hochspannung. Jetzt hat jemand Hochspannungskontakt gehabt. Wir machen das C-A-B-C-D-E, schauen, hat er jetzt akute Verletzungen, irgendwas, was wir akut versorgen müssen, tralala, das ist natürlich klar. Auch Rhythmusstörungen behandeln wir so, wie sie sind. Tachycard, Pradikard, was halt notwendig ist. Dazu Verlinkungen der diversen Videos hier und in den Show Notes. Aber was ist denn dann meine Konsequenz? Selbst wenn der jetzt mit Hochspannung gerade so entspannt von mir steht, was mache ich dann? Also bei Hochspannung ist einfach das Problem, da läuft wesentlich mehr Energie durch den Körper. Und da, wo die Energie durchläuft, also jetzt sagen wir mal, ich habe Eintrittspforte, ist mein Arm und dann ist es durch den Fuß wieder rausgegangen, dann kann es überall auf diesem Weg zur Gewebszerstörung kommen. Das heißt, richtig durch die Muskulatur hindurch, das ist wie bei so einem Baum, in dem Blitz einschlägt, da geht der Strom durch und zerstört alles auf seinem Weg oder beschädigt ist zumindest. Und das heißt, die Folge können thermische Verletzungen sein, einfach schwerste Verbrennungen, die man oberflächlich gar nicht sieht, weil man eben nur die Eintritts- und die Austrittsmarke sieht, auf die man dann bitte auch genau achten muss. Aber es kann natürlich auch zu Gewebszerfall kommen, sprich zu einer Raptomyolyse. Und im schlimmsten Fall kann es auch durch die Kontrakturen, die man durch den Strom hat, zu Frakturen kommen. Ich selber habe das noch nie gesehen, aber es ist wohl auch so beschrieben. Und eben gerade in dem Kontext noch viel wichtiger, aber achtet auf die Verbrennung. Das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Also jeder, der mal einen Patienten gesehen hat, der einen Hochspannungsunfall hatte, der vielleicht wirklich von der Oberleitung mal getroffen wurde, teilweise sieht man das enorm, das richtige, schwerste Verkohlungen an der Hand. Manchmal sieht man es aber auch gar nicht so sehr und dann wundert man sich später, wie extrem hoch die CK ist. Oder die Schäden, die dann später sichtbar werden. Genau. Diese Patienten sollten auf jeden Fall auch weiter überwacht werden und insbesondere auf Raptomyolyse achten, aber auch natürlich die Herzenzüge mal eben kontrollieren, ob die Patienten einfach ein gutes Auge haben. Okay, also die gehen einfach stationär. Die werden transportiert im Rettungsdienst, kriegen ein Monitoring und in der Notaufnahme kriegen die auch ein Monitoring und werden üblicherweise zumindest auf eine IMC-Station oder so verlegt, wo ich eine Herzrhythmusüberwachung so im Üblichen mal machen würde. Okay. Jetzt sind wir schon fast durch, aber wir haben noch zwei spannende Punkte, die mich interessieren. Das eine hast du vorher, du hast beides schon angesprochen, der Weidezaun und der Taser. Das sind ein bisschen andere Welten. Das eine ist die Idylle, das andere ist Gangster Town, aber reden wir mal kurz über die Idylle, der Weidezaun. Jetzt komme ich an so einen Weidezaun, weil ich da so rumwander. Ja, also es ist vielleicht jedem schon mal passiert, der mal ländlich gewohnt hat. Also ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben vom Weidezaun ein Gewicht bekommen. Ja, man kennt das. Also es zwickt ordentlich. Es tut einen ordentlichen Schlag. Man erschrickt. Es tut auch weh, aber viel Volt. Insgesamt aber eine niedrige Stromstärke. Vollkommen ungefährlich. Wann kommt ihr dann mit meinem Kontakt? Allerhöchstens, weil sich Patienten danach unwohl fühlen und dann haben wir auch keine unauffällige Anamnese mehr. Dann würde ich die halt mal weiter untersuchen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die durch den Weidezaun jetzt ein Erlebnis-Rhythmus-Ereignis erlitten haben, wenn die nicht schwerst krank sind ohnehin, ist sehr gering. Auch dann macht ihr ein 12-Kanal-EKG. Könnt ihr gehen lassen. Selbst wenn die Voltzahl deutlich über 1000 ist, weil eben die Stromstärke insgesamt sehr gering ist. Okay. Und jetzt das Spannende. Elektroschockpistolen oder wir hatten vorher gesagt Taser. Was ist da der Unterschied? Naja, also Taser ist halt ein Markenname. Aus meiner, soweit ich weiß, ist es die führende Marke. So ähnlich wie bei anderen Marken, die ich jetzt nicht nennen möchte. Deswegen wird das eben oft als Synonym verwendet. Aber eine Elektroschockpistole meint im Endeffekt, eine Pistole, wo kleine Pfeile vorne rausgeschossen werden. Das sind ganz dünne Drähte hintendran. Die dringen dann in die Person, die beschossen wird, ein und übertragen dann eben Spannung. Und das führt dazu, durch den Strom, dass die Patienten Muskelkontraktion bekommen, dadurch sofort handlungsunfähig werden und bei vollem Bewusstsein quasi wie zum Eisblock erstarren und hinfallen. Und der Taser oder Elektroschockpistolen werden meistens von Polizeikräften eingesetzt, um eben Personen, die zum Beispiel im psychischen Ausnahmezustand mit dem Messer festgenommen werden müssen, um die eben kurz handlungsunfähig zu machen, um dann eine sichere Festnahme durchzuführen. Okay. Man muss auch sagen, im Endeffekt ist das ja ein Mittel, was der anderen Person ermöglicht, eben da ohne massiven Schaden rauszugehen, weil die Alternative wäre sonst, man wird auf den Schießen. Das geht sicher schlimmer aus. Was müssen wir uns als Rettungsdienstler im Kopf halten? Genau, das komme ich da dazu. Die Polizisten, da ist ja immer üblicherweise dann auch fixiert und alles ist ziemlich aufgeregt, wenn sowas eingesetzt wird. Ich schaue natürlich, sind da Verletzungen oder ist der Renamationspflichtig oder so? Das ist ja auch wieder klar. Aber dann geht es dann weiter. Ja, da muss man sich, also man guckt den Patienten mal an, untersucht ihn von Kopf bis Fuß, weil der wird wahrscheinlich einen ziemlich ungebremsten Sturz erlitten haben. Und dann wird es auch einen Grund geben, warum man den Taser eingesetzt hat. Das heißt, kann sein, dass der psychischen Ausnahmezustand hatte, dass der schwer intoxikiert ist vielleicht. Also auch an solche Dinge denken, warum wurde denn überhaupt ein Taser auf den geschossen oder mit der Elektroschockpistole? Dann genau das selbe wie bei jedem Niederspannungsstromunfall, EKG-Schreiben, unauffällige Anamnese, unauffällige körperliche Untersuchung und dann kann der Patient von der Polizei mitgenommen werden. Wie ist das mit diesen Pfeilen? Ja, gut, dass du sagst. Also ich ziehe mich hier auf die Trämer-Empfehlungen, die jetzt vor kurzem ganz aktuell publiziert wurden. Also das ist nichts, was ich mir selber ausgesagt habe. Den Pfeil, den würde man an die Polizei übergeben. Die stecken die jetzt drin oder gehen die wieder raus? Die sind so ähnlich wie so Angelhaken. Und da hat die Firma Taser, jetzt muss ich hier wieder einen Markennamen verwenden, weil es einfach das, glaube ich, am häufigsten verwendete Produkt ist. Da gibt es in der Kartusche so eine Art Zugsystem. Auch da hat die Trämer ein schönes Schaubild zugemacht. Damit kann man das quasi so einhaken und dann zieht man die einmal kräftig raus und übergibt sie dann den Beamten, die das Ganze verschossen haben. Und dann muss man natürlich einmal ganz kurz vorne gucken, fehlt irgendwas an dem Dorn oder nicht? Denn wenn was fehlt, dann muss halt ein Chirurg das halt mit einer Pinzette noch entfernen. Das sollte man der Notaufnahme vielleicht dann sagen. Und das ist ja auch ein Grund natürlich, dass der Patient noch mal behandelt werden muss. Ansonsten, ja, formal kleine Stichverletzungen sollte man vielleicht nach Tetanusschutz fragen. Oder zumindest empfehlen, wenn man mit einer sauberen Nadel getroffen wird auf nackter Haut, dann ist das eher nachrangig. Wenn ich jetzt aber vollkommen verdreckte T-Shirts getragen habe, dadurch wird der Pfeil geschossen, dann ist das gleich ein Thema. Und ich stelle mir jetzt vor, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, wenn der jetzt ins Auge getroffen worden ist, wenn das irgendwie, ach keine Ahnung, genital irgendwo hängt. Also das wünschen wir natürlich niemanden, aber bei schwierigen Stellen würde ich jetzt aus dem Auge den Pfeil nicht rausziehen. Das ist dann natürlich wie eine andere penetrierende Verletzung. Die müssen dann natürlich stationär abbekommen. Genau, ich glaube, das kann man analog zum Angelhaken sehen. Also wo ihr einen Angelhaken selber rausziehen würdet, dann zieht ihr auch die Taser-Pfeile raus. Auge dem Mächter. Wie zieht man Angelhaken aus Leuten raus? Ich weiß nicht, aber ich finde, die haben mich halt daran erinnert. Und überall, wo man das rausziehen würde, würde man das auch mit dem Taser-Pfeil problemlos machen. Und ansonsten eigentlich. Okay. Dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, Philipp. Beim Stromunfall unterscheiden wir zwischen Nieder- und Hochspannung. Wobei es ein paar Sondersituationen gibt. Ziehe Weidezaun und so weiter. Aber grob sind diese 1000 Volt unsere wichtige Unterscheidung. Bei Niederspannung, das ist fast alles im Haushalt oder üblicherweise Haushalt, ist es für uns wichtig, dass wir schauen, wie stabil sind die. Die haben die Sekundärverletzungen. Wenn die keine haben, wenn die unauffälligen Untersuchungen jetzt beschwerdefrei sind und ein unauffälliges 12-Kanal-ÖKG, dann sind die Patienten üblicherweise entlassfähig. Wie gesagt, wenn sie halt keine Beschwerden haben. und das macht es natürlich relativ einfach für uns, da viele Leute, die einfach aus Sorge kommen, kriege ich eine gewischt, was mache ich, gut und schnell für die auch abzuarbeiten. Wenn es in dem Bereich der Risikosituationen ist, die haben noch Beschwerden, die haben neue Rhythmusstörungen, die spüren den Arm nicht, was auch immer, dann logischerweise muss man die aufnehmen und je nachdem, was die haben, genauer kontrollieren oder zumindest genauer nochmal abklären. Bei Hochspannung kann man auch relativ kurz sagen, auch wenn die jetzt im Moment zum Glück stabil sind oder keine schlimmen Beschwerden haben, können die Station ja aufgenommen und gerade in Bezug auf Muskelschädigung und Zerfall überwacht, auch auf Rhythmusstörungen nochmal kontrolliert. Bei Hochspannung besonders, aber generell bei Stromkontakt haben wir irgendwelche akuten Verletzungen, irgendwelche Schäden im Rahmen dieses Ereignisses, Littner, Sturz, was auch immer. Sondersituationen, Weidezaun ungefährlich, blau blau. Und wenn wir jetzt die Situation haben, dass jemand einen Taser-Kontakt hat, also von Taser getroffen wurde, dann gilt eigentlich das Ähnliche wie bei der Niederspannung. Wenn der Patient stabil ist, keine Beschwerden hat, dann ist es jetzt bezüglich der Stromwirkung nichts zu erwarten. Auch da macht man natürlich ein EKG. Aber da ist natürlich nochmal der Blick, Verletzungen, Ursachen für Taser-Einsatz und so weiter einfach nochmal ein wichtigerer, würde ich jetzt mal grob sagen. Habe ich das so? Perfekt, Martin. Super. Dann würde ich sagen, ganz viele Grüße, super mal wieder mit dir vor der Kamera zu sein. Ja. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare, auf eure Rückmeldungen, auch auf eure Erfahrungen. Gerne auch persönliche. Wer hat noch nicht irgendwie den Stromtreffer abbekommen? Hoffentlich noch nicht so viele Taser. Ja. Teilen und liken und Notfallgrube suchen. Oh ja. Bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020